Dr. Alice Weidel von der Alternative für Deutschland hat eine brillante Weihnachtsansprache gehalten. Es hatte ein bisschen von Kritik an der aktuellen Situation, aber eben auch das Zurückbesinnen auf das, was wichtig ist. Familie und Freunde, Bekannte und Verwandte. Ich möchte sie euch ganz genau vortragen, was Dr. Alice Weidel gesagt hat und das Ganze auch mal im direkten Vergleich dazu setzen, was unser geliebter Bundespräsident Steinmeier als Rede von sich gegeben hat. Dieser Kontrast dazwischen, den finde ich wirklich brisant. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und die Frau Dr. Weidel beginnt das Ganze. Zitat, eine leider abgewirtschaftete Regierung, die wirklich jede Weiche falsch gestellt hat, die es nur falsch zu stellen gibt. Also eine ganz klare Kritik an der aktuellen Ampelkoalition, die ja auch die Mehrheit nicht mehr haben möchte, wo sie gleich drauf kommt. Und es ist absolut berechtigt, dass auch nochmal dem Letzten und jedem Einzelnen jetzt in Erinnerung zu rufen. Weiter sagt sie, diese Regierung entlässt uns in die Weihnachtszeit mit gemischten Gefühlen. Wir haben eine handfeste Vertrauenskrise. Über 80 Prozent wollen diese Regierung nicht mehr. Und das sind ja Zahlen und Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann. Man muss doch wirklich mal als Politiker selbst betroffen sich dann auch sagen, wenn ich doch so unbeliebt bin, wenn ich doch so inkompetent bin, wenn ich doch dies und jenes nicht bewerkstelligen kann, wenn es dem Land immer schlechter geht, wenn die Leute immer unzufriedener werden, wenn die Umfragewerte immer weiter in den Keller gehen. Liegt es vielleicht an mir? Muss ich vielleicht an meiner Einstellung etwas ändern? Aber nein, diese Selbstreflexion, die fehlt den Kandidaten einfach völlig. Und das ist wirklich erbärmlich. Weiterhin sagt sie, der Kanzler Scholz hat die schlechtesten Umfragewerte, nur 20 Prozent Zuspruch. Ich frage mich ja immer noch, wer diese 20 Prozent sind, die weiterhin an dem Cum-Ex-Kanzler hier festhalten. Das, was er alleine alles auf dem Kerbholz hat oder auch nicht. Wir wissen es ja nicht. Er kann sich ja angeblich nicht erinnern. Es tut mir leid. Aber wer sich so an wichtige Termine und Absprachen oder überhaupt ja oder nein und so weiter erinnern kann oder auch nicht, der ist falsch in diesem Amt. Und wenn er sich nicht erinnern kann, passt es schon mal gar nicht. Ganz einfach. Und dann geht es hier weiter. Das ist historisch. Wir haben eine handfeste Migrationskrise. Wir haben unkontrollierte Grenzen. Wir haben eine Sozialkrise. Menschen können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Es wird alles teurer. Wir haben Inflation. Und dieser Regierung fällt nichts Besseres ein, als noch die Steuer auf Energie zu erhöhen und auch die CO2-Abgabe. Frau Weidel, ich nehme es mir raus, Sie hier zu korrigieren. Es ist eine CO2-Steuerabgabe. Dieses Wort mag ich nicht. Das nur nebenbei. Aber wisst ihr, Leute, da sind doch so viele wichtige Punkte drin, die absolut berechtigt sind, als Kritik hier ganz klar zu formulieren und zu äußern. Und dann sagt sie weiter. Ich halte das für verantwortungslos. Diese Liste ließe sich weiterführen. Sehr lang. Aber ich werde es dabei belassen, da wir es alle spüren, dass es uns an den Kragen geht, wenn diese Leute weiter wurschteln. Und das ist wirklich brillant ausgedrückt, wie ich persönlich finde, diese Kritik an der Stelle nämlich so klar zu formulieren. Denn so ist es doch, Leute. Jeder hat seine eigenen Probleme, keine Frage. Und jeder kann jetzt aufzählen. Ich habe diese Probleme aktuell oder diese Probleme. Heizungsgesetz beispielsweise. Oder man wird dazu verdonnert, jetzt hier was zu ändern. Dann muss man hier mit teureren Spritpreisen rechnen. Jetzt mit der Lkw-Maut etc. pp. Das betrifft den einen mehr und den anderen weniger. Keine Frage. Aber wir sehen ja, wie sie richtig sagt, dass es uns an den Kragen geht. Und es geht jedem Einzelnen an den Kragen. Und das Krasse daran ist ja, dass es auch SPD-Wählern an den Kragen geht, genauso wie auch CDU-Wählern und auch Grüne-Wählern. Der eine oder andere verkraftet es vielleicht mehr oder weniger als der andere. Aber nichtsdestotrotz, es betrifft alles und jeden. Und auch nicht nur Heizungsgesetz beispielsweise Eigentümer, sondern eben auch Eigenheimmieter oder auch Wohnungsmieter sind betroffen. Und das wird, da bin ich felsenfest überzeugt, bald bei wirklich dem Letzten auch ankommen. Es wird welche geben, die finanziell das Ganze stemmen können, aber die Mehrheit wird es nicht können. Und dann geht es weiter. Darum lasst uns verschnaufen. Lasst uns die Weihnachtszeit nutzen, in uns zu kehren. Zusammen mit unseren Familien, Freunden, Verwandten, Kindern, uns auf das zu besinnen, was uns zusammenhält. Der Wert der Familie, unsere Tradition, unsere Werte, unsere Rituale. Und das ist es ja auch. Das Gefühl habe ich mittlerweile wirklich sehr, sehr verstärkt, dass es eben das nicht mehr geben soll. Dass wir diese Wertigkeit der Familie nicht mehr haben sollen, wie wir sie kennen und ewig gelebt haben. Denn was hier gerade passiert, ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Die Weihnachtszeit ist auch immer eine Zeit der inneren Einkehr, die wir nutzen sollten. Denn sie sagt uns auch, auch das Wichtigste in unserem Leben ist eine stabile, eine schöne Familie, einen Zusammenhalt zu haben und die Familie und Freundschaften zu pflegen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dafür muss man an der Stelle wirklich applaudieren. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Wirklich eine tolle, kurz und knackige Rede, die die Dame da gehalten hat. Und jetzt gucken wir uns im direkten Vergleich dazu an, was hat denn unser Bundespräsident für eine Rede gemacht. Zitat, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land. Ja, an Hohn und Spott kannst du das schon nicht mehr übertreffen. Die Rede hier von unserem geschätzten Präsidenten. Nochmal das ganze Zitat. Machen wir uns doch öfter bewusst, Deutschland ist und bleibt ein gutes Land. Und okay, wir machen das nicht so populistisch. Das ist eine wahre Aussage, die der Präsident hier getroffen hat. Die Politik ist aber eben keine gute und auch kein, wird auch keine gute und bleibt auch keine gute Politik, weil es keine gute ist. Besonders die letzten zwei Jahre und davor auch zahlreiche Jahre der 16 Jahre Merkel. Aber das Ganze geht noch weiter, wie es hier zum Beispiel heißt. Die Millionen Menschen, die sich beherzt für andere einsetzen. Sie bringen Wärme in unser Land. Deshalb sei ihm und die Zukunft hier des Landes nicht bange. Ja, die Herausforderungen seien groß, die Lage anstrengend. Aber wir haben allen Grund, uns als Gesellschaft zu vertrauen und uns auch etwas zuzutrauen. Zuzutrauen, zum Beispiel, was Frau Dr. Beidel gerade angesprochen hat, so zum Beispiel das Heizungsgesetz, dass man verpflichtet wird, eine neue Heizung einzubauen, vielleicht sogar eine Wärmepumpe, ansonsten 50.000 Euro bis zu als Strafe bezahlen muss, als Bußgeld, dass man hier eine CO2-Steuererhöhung jetzt bekommt, dass man eine Lkw-Maut bekommt, dass die Bauern beispielsweise einen Agrardiesel nicht mehr subventioniert bekommen, etc. pp. Wisst ihr, diese Liste könnte ich jetzt auch ellenlang weiterführen. Wir wissen alle um diese Probleme. Aber nur die wenigsten realisieren es wirklich, wo diese herkommen. Das habe ich mittlerweile wirklich das Gefühl dazu. Aber weiterhin spricht er auch noch über das Grundgesetz. Und dann heißt es hier, unsere Verfassung, auf die wir stolz sein dürfen, das Grundgesetz bietet ein stabiles Gerüst und korrigiert, wenn es wie beim Haushalt nötig, die Politik. Dieses Fundament hat unser Land bisher gut getragen. Es wird auch in Zukunft tragen. Ja, je nachdem, wie man das mit den Füßen tritt oder auch nicht. Ich wünsche mir persönlich eine Regierung, die eben das Grundgesetz achtet und nicht von einem höchsten Gericht in Deutschland darauf hingewiesen werden muss oder sogar verurteilt wird, dass sie gegen das Grundgesetz verstoßen haben mit einem Haushalt. Das wäre mal angebracht. Aber nein, das interessiert ja nicht so sonderlich. Aber es geht hier noch weiter. Mahnende Worte für die Regierung. Wir sehnen uns nach Klarheit. Die politischen Verantwortlichen müssten Antworten geben, die uns als Land helfen. Ja, das sehe ich ebenfalls so, Herr Präsident. Denn es wäre nur wichtig, dass wir uns endlich mal darauf besinnen, dass wir Deutschland sind und dass wir nicht. Wir unterstützen das Ganze, den ganzen Planeten und die ganze Erde und versuchen, die ganze Erde zu retten. Mit Radwegen in Peru, mit Genderfinanzierung in Afrika und China und in anderen Ländern Ähnliches passiert. Oder auch China beispielsweise knapp 500 Millionen Euro an Entwicklungshilfe von uns bekommt. Das ist eine Rede, die finde ich persönlich wirklich grottenschlecht. Nein, das passt nicht. Aber es kommt nochmal ein Special-Video heute Abend dazu, wo ich die gesamte Rede nochmal auseinandernehme. Also verpasst das nicht. Abonniert den Kanal und jetzt für alle ein frohes und besinnliches Fest. Unbedingt mit euren Liebsten und euren Familien zusammen. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten. Und ciao.